In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Kryptowährungen bei Kryptomat verkaufen können. Melden Sie sich auf Ihrem Kryptomat-Konto an und gehen Sie zum Abschnitt Kaufen und Verkaufen. Klicken Sie nun auf die Registerkarte Verkaufen. Aus dem Dropdown-Menü können Sie zwischen verfügbaren Kryptowährungen wählen, die Sie verkaufen können. In diesem Beispiel werden wir Bitcoin verkaufen, also entscheiden wir uns für Bitcoin. Geben Sie dann den Betrag, den Sie verkaufen möchten, entweder in Euro oder in Bitcoin ein. Sie können zwischen Euro und der gewählten Kryptowährung wechseln, indem Sie auf dieses Symbol klicken. Wenn Sie zum Beispiel alle Bitcoins verkaufen möchten, die Sie in Ihrer Kryptomat Wallet haben, klicken Sie auf Max Verkaufen und das System berechnet automatisch, wie viel Euros erhalten werden. Wenn Sie zum Fortfahren bereit sind, klicken Sie auf Transaktionsvorschau. Hier können Sie die Menge der Bitcoin sehen, die Sie verkaufen. Sie sehen auch den aktuellen Bitcoin-Preis und Transaktionsdetails. Bitte beachten Sie, dass der Betrag in Euro, den Sie erhalten, leicht von dem hier angezeigten Betrag abweichen kann. Um den Verkauf abzuschließen, müssen Sie die Transaktion bestätigen, indem Sie auf die Schaltfläche BTC Verkaufen klicken. Diese Aktion ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden. Um fortzufahren, klicken Sie auf BTC Verkaufen. Das System benötigt nun einen Moment, um den Verkauf zu bestätigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verstanden. Die Seite wird aktualisiert und Sie sehen die Transaktion, die soeben durchgeführt wurde, auf der rechten Seite des Bildschirms. Klicken Sie auf die Transaktion, um Ihre Details anzuzeigen. Normalerweise sind Transaktionen innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen, aber bitte beachten Sie, dass es manchmal etwas länger dauern kann. Und das war's. Sie haben nun erfolgreich Bitcoin verkauft.